ok leute wie der andy sagt focus focus was geht ja alle meine karre rein jetzt fahren wir zum ziel stelle kaffee wir folgenden greifen einfach weiß wo es geht am besten wir treffen uns alle am zielort und werden dann gemeinsam die boy das doch mal einen planen ja bevor da jeder einzelne irgendwie reinrennt oder irgendwas macht bevor der monum seine trüste enthält man ist nur ein schild an dieser danke ab der fängt von an okay leute los geht und können auch mit dem auto da rein recht hält das dann alles aus das auto da kommen wir machen wir das das leben veroffen daniel umzufahren das ist einmal überprüfe das gps des grangers aber da oben so dass grangers hier oder was glaube ja das auto ist zumindest so ranger wie gibt es zum lager zum bürger heiz mit dem auto hier dort schickt ein wo es brauche so fort wo die steigern ob die das auto viel gleich in die luft ich weiß der weg ist weit das war das andere sind auch welche luft da kommen wir so jedoch einsteigen wollen wir kommen okay und wir machen was macht ihr da ich glaube ein reich müsste platz von dir oder ja hat einer der reichen abgeschossen von den boys die musik war überhaupt unsere reifen auch die musik passt perfekt zur ballerei ist so mit koweit bester ist so scheiße man reifen des plattformen boys nicht nur vorne hin rechts diese szene die tannier wieder aussehen er sieht so wie du aus die zwei der freu die führer ist gestorben hat er schon mal vor wir müssen fliegen hier leute wir müssen schaffen es sind nur noch anderthalb kilometer knapp man kann wenn man app gedrückt hält glaube ich jemanden rausziehen aus dem auto hat er mit monografen bei daniel gemacht die zwei okay hat er wie fahren ist schon oben ja soll nicht sterben boah leute wir müssen als team arbeiten nicht alleine hier ich plane wieder das flieger ja alles für die katz das ist hier könnte ja also wir mussten gar nicht mit dem auto gehen übrigens ne glaube ich keine ahnung stimmt referen ist ja auch ohne ich wollte das ding hier um die luft hier haben okay es hat mich erwischt leute ich wurde überrumpelt von drei leuten vorarket oder kommen autos wenn erstmal weg die um schönen abend und viel spaß vielen dank taken hier auch einen schönen abend bis zum nächsten mal boah war cool dass du dabei warst yes danke taken hast du deine pistolen am start mono müssen wir auch rein hier oder was hack in den laptop diese scheiße hier wo ist der laptop oder was also verdächtig und irgendwie was aus hallo oh kurz der befernus hat einfach 25 kills ey okay oh shit wie das nächste mal obwohl ich bin voll hacke den laptop um an den lieferanten ja aber welchen fuck laptop hier ist nix parkiert oder so hier oder was ach ja oh hier ist ja doch doch mal nur ich durfte nur einmal sterben wo ich kann aber nicht hacken mit spielen was machst du so spinnen ich hab doch eh geklickt waren was ist mit die nose to throttle ey okay boys ich muss hacken klicke auf das externe medium okay boy sich hat angeschossen what the fuck ich bin vom dach gefallen und gestorben jetzt an die ja ich checke gerade aha verkackt aber richtig hab dies verkackt komm du trottel ja ich muss mir rückendecken geben das machen die auf jeden fall ey du auf auf den fluss 30 sind 30 ich bin tot leider da war das gerade da da ist es nein da ich bin hier richtig am hacken gerade ich glaub das wird immer schneller je öfter ich das verkacke komm mach jetzt den crack ey Laptop wurde gehackt okay begib dich zum hangar vom ls äh dings jo krass warte ich will mitfahren hahaha waou hab ich mal bei Daniel komm ich da her hahaha Daniel steht da so rum weiß was er jetzt machen soll Ich bin vom dach gefallen und gestorben Ah Boi Daniel hat sich eine Karre gesnuckt mit einem kaputten Reifen hauptsache irgendwas zum fahren hat hier mal mein Corona mitgenommen wow referl ja referl hat ein bisschen Mist gemacht oh ja du schießt dagegen dann okay du hattest gerade gegen diesen Masten geschossen bei dem du Deckung besucht hast so referl ist vorsichtig fahren das ist auch lustig wenn man nicht mal am Zielort ankommt weil man vom Motorrad fliegt oder so was macht Daniel in the meanwhile der ist gerade mit dem Auto mit Vollgas unterwegs der ist gar nicht so weit von euch weg ja wir hatten eine wilde Schießerei hier gehabt noch zwischendrin hat gerade drei Leute umgefahren vorsichtig nice so eine Gruppe Menschen die sich so unterhalten hat am Straßenrand unserer Politik gedacht ey das sah richtig gut aus in dieser Kino Perspektive das sah richtig gut aus wow verrückter Autofahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren Suizid auf dem Dach bei Mono ey so was machen die wie fährt der denn wie schafft der denn so der fährt so voll die verrückten Stunts hier so krass ja ja der kennt hier die Tricks ey die Physik in und auswendig würde ich kurz sagen ey Sinn ja ja der Boy ist am flexen oh shit da sind Gegner oh shit oh shit ja auf jeden alter du? der gute alte Witwenmacher die Eier rein boah ich wurde angeschossen fuck an der Grund Base are you fucking kidding me? boah wie viele das sind pass auf Jungs friss die scheiße door der Boy haut sich erstmal ein paar Riegel rein mit Musik perfekt stieh das kurz so the friend ist gestorben was oh boys du und Daniel seid die letzte Hoffnung die wir haben letzte Hoffnung für die Erde ja voll pass auf fuck the friend was war los der muss erstmal eine Runde rauchen mit so einer Laser Minigun würde ich auch damage machen nein pass auf der Daniel fällt einfach da rein ey ja mein Ziel vorher rein so wie du ihn machst jo auf jeden oh fuck ey das wird immer mehr hier ey ich tue das kurz ey das ist auf der anderen Seite vom Gebäude irgendwo ne ok vielleicht versucht einer sich da hin zu sneaken ich meine jetzt nicht rechts rum sondern links rum alter wie schafft er Daniel das zu überleben ich sterbe direkt bei so einer Kacke aber er ist auch tot das ist irgendwo draußen an der Halle siehst du den Rundpunkt ja ne das ist drin glaube ich sicher? glaube ich ah 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 irgendwo im Bass boah du bist fast hoch ey pass auf pass auf pass auf du musst was fressen ey warum frisst du so langsam auf einmal es scheint irgendwo rum zu sein ob das auf dem dach ist ich hoffe da kommt nicht unendlich spawnt sie immer wieder überhaupt nicht hinter der kiste einer ist dann fein noch nein das ist wow 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 fuck die spawnen boy die spawnen bekommen ich kann mit der waffe kann ich gar nicht in den dings deck und gehen aber es geht nicht hier hin du trottel so bleib erst mal so du musst mich heilen sehr gut nice ey pass auf da war noch einer ja oh da kommt noch ein paar boah c o muss alles für euch geben boah hau rein komm du schützt nicht der spaziert einfach um der spaz da oben auf jeden der down ist der ein fahrzeug wurde von der zuda zerstört oh nein war das schlimm ne ne ich glaub nicht aber dass er die ganze zeit immer wieder neu gekommen wo kommt der denn da her ja ja ist so ey das frustriert mich ein bisschen ich lauf jetzt zum koks da liegt der walkie ja tot wie ein sack kartoffeln ey ja da oben scheint auch einer dreck zu sein ne passt vielleicht auf mal guck es ist glaub ich hier oben auch oben ist einer safe ja 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 gut gemacht zerstöre die fahrzeuge der crew oh ok bring dich bitte nicht selber um ey ich dachte du schießt jetzt gegen das geländer oder so boi erledigen die lieferanten oh shit jetzt kommst was denn noch ey was denn noch ja hier könnte ich eine gute crew gebrauchen jetzt boi du machst die mission ohne aufschwer ja erledigen die lieferanten scheiße vielleicht könntest du es mit dem heli schaffen der hat maschinengewehre krieg's hin weil was anderes besseres sehe ich hier gerade nicht mhm schon gut nein und ich sehe Leute hier fuck boi boi wie viele das sind pass auf boi Ich hab daare okay boiiii Du bist nicht Rambo 加 ich habe keine crew würde es damit sagen ja hat nicht geklappt Nein savoir è heftig crewboy wenn ich will kann ich auch was machst du da wo sind die denn ich denke was bleibst du da stehen junge ich dachte der fliegt weg und hier muss er gegen den kämpf mit dem mensch muss ich noch ein kaum fressen die scheiße da kommt vielleicht einer rein zu dir pass auf pass auf er kommt jetzt um die wo gut gemacht ich bin ihr den operator operator die cool ist doch da ja wo ist immer mehr ich habe ich sie durch ich glaube da eine lebt noch ja jetzt nicht mehr an die große einfach ja man sieht ja wo die kommen ja ja ist das sehr gut wo ihr sind denn die preise muss ich mal weg heute kommen autos ja ja zwei stück drei alter das wird nicht einfach gleich werden wo ist es so kann das einer klitten bitte kann da ein klip von machen du hast dich so tatbar geschlagen und dann stirbst du wegen seiner kacke ich wollte die mit dem alten drei autos auf einmal weghauen weißt du von auf bei und als